Ich darf euch einladen, um 19 Uhr gibt es da 18.30 Uhr ein offenes Volkstanzen, da kann wirklich jeder mitmachen. Und der Abschluss um 19 Uhr gibt es dann, da ist schon Winter, den Wackeltanz da am Platz. Das wird sehr, sehr stimmungsvoll, haben wir vorhin zwar auch gehabt, aber jetzt Volkstanzkreis Hitzendorf. Frauen, ich fange mal an, mit der Rautenmarsch, Spaß, Gute an der Wolke. Frauen, ich fange mal an, mit der Rautenmarsch. Frauen, ich fange mal an, mit der Rautenmarsch. Frauen, ich fange mal an, mit der Rautenmarsch. Musik Musik